Jetzt kommt ein Thema, was Krawall bietet, wo mit Sicherheit unter dem Video fleißig rumdiskutiert wird, denn ich weiß, ich argumentiere gegen die Mehrheit der Bevölkerung, denn das Thema lautet, brauchen wir wirklich ein Tempolimit? Vom WDR-Kanal Quarks ist das Video, was jetzt nicht besonders für Qualität spricht, weil die immer wieder irgendwelchen Mist rausgehauen haben, aber ich bin gespannt, wie da so argumentiert wird. Ich persönlich bin kein Anhänger eines generellen Tempolimits. Wir haben in Deutschland kaum Autobahnen, wo freie Strecke ist. Ich selbst fahre in 99% der Fälle nicht schneller als 130, aber ich habe damit kein Problem, wenn jemand mit 200 vorbeifährt. Solange es dem Verkehr angepasst ist und niemand gefährdet wird, soll er doch. Die ISA-Autos können das. Ein Tesla kann 250 fahren. Und das ist jetzt auch für mich kein Thema, wo ich sage, daran hängt meine Freiheit. Das ist immer so eine Verhohne-Piepelung des Freiheitsbegriffes. Also das machen gerne Leute, die dann sagen, dass ein, ja, ja, du willst deine Freiheit, das sagen eigentlich immer nur Leute, die die Diskussion ins Lächerliche ziehen wollen und die nicht sachlich diskutieren wollen, die dann damit halt Liberalismus oder Freiheitsrechte allgemein in den Schmutz ziehen wollen. Das ist schon ziemlich ekelhaft wieder, auf was für einem unsachlichen Niveau mittlerweile auch die Diskussion läuft. Als ob man quasi alle Robben totschlägt und den Planeten in die Luft sprengt, wenn man 140 fährt. Das ist halt lächerlich. Das ist halt absolut lächerlich. Zumindest die Unfallzahlen geben es nicht her. In anderen Ländern sind die Unfälle weit tödlicher und stärker. Und die meisten Unfälle sind eh auf der Landstraße die tödlichen. Na gut, schauen wir mal rein, was da so kommt. Genau, und auch eine unverhältnisgroße Debatte für einen quasi keinen Nutzen. Halbtrainstufe 4, Dankeschön. Hast du auf das Video hier geklickt, weil du mega gerne Auto fährst? Und deswegen findest du auch ein Tempolimit auf der Autobahn so richtig kacke? Meine Mama wird mich dafür hassen, aber ich finde Tempolimits nicht gut. Nee, 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 damit fangen wir nicht an hier. Der Jesus, Dankeschön für den Primestab. Nee, nee, schön frei. Oder bist du total für ein Tempolimit und bist von dieser ganzen Diskussion einfach nur noch genervt? Tempolimits sind definitiv ein guter Ansatz, um Raser zu stoppen, ganz klar. Freunde von... Nein, nein, gentlemen, ich darf nicht sagen, was die da sagt. Wir sind mit... Danke schön für den Zapp. Raser stoppt man nicht durch Tempolimits. Entweder ist jemand ein Raser und hält sich nicht an Vorgaben, den interessiert auch das Straßenschild nicht oder ist halt kein Raser und fährt angemessen. Was ist denn das für eine dumme Aussage gewesen eben? Von mir, die rasen auch gerne über die Autobahn und... Boah, das ist immer als Rasenbezeichnung. RPG, Dankeschön für 300 Bits. Was ist denn daran Rasen? Was definiert... Was ist denn Rasen? Sind 180 kmh schon Rasen? Kommt ganz auf das Auto an. Also in einem Polo sind 180 kmh bestimmt extrem unangenehm. Wenn ich in einem Audi A8 sitze oder ein A6 oder irgend sowas, dann fühlt es sich an, als ob ich stehe bei 180. Das kommt immer auf das Fahrzeug an. Oder ein Tesla kann auch 250 kmh fahren. Ich habe selbst überhaupt keine Lust mehr, so schnell zu fahren. Ich bin früher schnelle Autos gefahren. Auf freien Strecken, auch wenn dann kilometerweit nachts überhaupt keiner mehr da ist, auch mal 320. Aber dass man die Leute als Rasen beschimpft, wenn sie über 120 kmh fahren, ist einfach maximal lächerlich. Das ist halt... Das ist halt Framing. Geben einen Fick da drauf. Aber gerade wegen diesen Leuten entstehen so oft Unfälle. Das stimmt halt nicht, was jeder sagt. Das sind halt Geschichten aus dem Paulaner Garten. Gucken wir uns in diesem Video an. Brauchen wir ein Tempolimit? Was bringt es? Und wo bringt es vielleicht gar nichts? Und wenn dann Leute kommen mit 400 Durchbrillern, ist das einfach richtig? So diskutiere ich nicht auf diesem Gossnebo. Schwanthans. Das ist Gossen-Niveau. Wer fährt denn 400? Weil ein Mensch, ein Mensch 400 gefahren ist, sind also alle Leute, die über 130 fahren, automatisch Menschen, die 400 fahren. Das ist Gossen-Diskussion. Und so wird leider Diskussion geführt. Maximal unseriös. Heute geht es um Artikel 0 des Grundgesetzes. Freie Fahrt für freie Bürger. Wir machen den Wissenschafts-Check zum Tempolimit. Finde ich übrigens auch problematisch, wie man jemanden einblendet, der aktiv Politiker ist. Also Leute, Fakten-Check. Was spricht für ein Tempolimit und was dagegen? Erstes Thema Sicherheit. Fast 780.000 Tote gab es im deutschen Straßenverkehr seit 1950. Würden mit einem Tempolimit einige noch leben? Die Antwort ist ganz einfach ja. Wenn wir den Verkehr ganz verbieten, würden auch alle leben. Mein Gott, das ist einfach so maximal unseriös. Ich muss mal in die Unfallstatistik reinschauen direkt. Welche Gesamtzahl ist das? Was ist das auch für eine dumme Zahl? Also das ist auch maximal unseriös. Seit 1950. Also wir haben die aktuellen Zahlen, jetzt gehe ich da mal rein, statt diesen Quatsch da, dass man dann 1950er zahlen, wo es keine Airbags gab und wo die Leute nicht angeschnallt waren. Und wo, ach komm, das ist halt Unsinn. Genau, damit die Zahl groß wird. Das ist Framing. Das ist also Manipulation, was hier Quarks macht. Das ist unwissenschaftlich. 746 Menschen wurden 2021 bei Verkehrsunfällen innerorts getötet. Das waren 7,9 Prozent oder 64 Personen weniger als 2020. Auf Landstraßen kamen 1498 ums Leben. Ist auch wieder gesunken. Und auf Autobahnen 318. Das heißt, auf Autobahnen, wo es also um das Tempolimit geht, kommen halb so viele Menschen um wie innerorts. Auf den Landstraßen fast 1500 und 300 auf Autobahnen. So viel zur Aussage Tempolimit. Maximalst unseriös. Weil das mit Tempolimit ist halt überhaupt diese Zahl. Diese Zahl hier hat nichts mit dem Thema Tempolimit zu tun. Ist halt Manipulation unseriös. Die Quelle ist auch irrelevant dazu. Würden mit einem Tempolimit einige noch leben? Die Antwort ist ganz einfach ja. Und beim Thema Sicherheit ist auch klar, eine höhere Geschwindigkeit verlängert den Bremsweg beziehungsweise die Strecke, bis das Auto steht. Und zwar mit dem Quark... Was haben die allgemeinen Flosskern jetzt mit dieser Zahl zu tun? Gut. Framing, Manipulation. Unseriös. Können wir abhaken. ... Quadrat der Geschwindigkeit. Also wie viele Verletzte und Tote könnten wir mit einem Tempolimit vermeiden? Erstmal schlechte News. Insgesamt sieht da die Datenlage nämlich überhaupt nicht gut aus. Es gibt keine eindeutige wissenschaftliche Aussage. Doch, es gibt eine relativ gute Aussage, eine relativ gute Datenlage, dass auf der Autobahn so gut wie keine Menschen im Vergleich zur Landstraße und innerstädtig umkommen. Davon reicht ja. Hat eine Studie die wenigen vorhandenen Daten aus Deutschland mit internationalen empirischen Forschungsarbeiten kombiniert. Sie haben dabei Tempo 130 auf den Autobahnen bis zu 126 weniger Tote berechnet und über 1500 weniger Schwerverletzte. Auf welchem Zeitrahmen? Auf welchem Zeitrahmen? Wir haben auf der Autobahn gerade mal knapp 300 Tote. Das heißt, es wurde empirisch? Also die Datenlage, die halte ich für sehr unglaubwürdig, dass ich eine Halbierung der Toten kommen würde. Eine Halbierung. Und die Verkehrstoten sinken seit den 50er Jahren, obwohl die Autos viel schneller sind. Eine andere Studie kam im gleichen Jahr und gleichem Tempo auf 43 weniger Tote. Ihr seht, die Zahlen... Ja, wo denn? Jetzt insgesamt? Die Zahlen sind total weit auseinander, aber kam im gleichen Jahr... Moment, ich gehe jetzt direkt auf die Quelle. Quelle Nummer drei. Wunderbar, es ist nicht verlinkt, es ist einfach nur irgendein Buch. Wie denn ist das passiert in der Diskussion? Das ist einfach unlogisch. Das ist unlogisch. Wir haben so wenig Verkehrstote auf Autobahnen. Was hat denn das dann damit zu tun? Wie kommt der auf diese Zahl? Quelle Buch. Quelle vertrau mir, Bruder. Kann man das denn nicht mal draus zitieren? So, hier habe ich das Ding. Das hätte ich auch verlinken können. Das ist sogar abrufbar. Vor allem, das ist keine Forschung, das ist nur eine Diskussion. Das ist nur eine Diskussion. Kann man das PDF für 30 Euro kaufen? Ja, danke auch. Vielen Dank. Gut, das ist keine Studie. Das ist eine reine Diskussion. Dankeschön, Toasty. Vieles spricht dafür, dass der Nutzen eines Tempolimits die möglichen Kosten übersteigt. Aha. Es spricht vieles dafür. Nur ohne richtige Studienlage. Gut, dann ist das also keine Studie. Das ist also der erste Punkt. Und Unfallursache, Geschwindigkeit. Das andere ist Unfallforschung der Versicherer. Das hat auch mit Tempolimits wiederum nichts zu tun. Wenn jemand in einer 120er-Zone oder sagen wir in der Baustelle mit 200 durchrast, dann ist ihm egal, ob 130 auf der Autobahn ist. Klar, wenn überhöhte Geschwindigkeit da ist, hier steht nämlich die Quelle, man hätte es auch mal verlinken können. Es wurde auch nicht verlinkt. Hier steht drin, zu hohe Geschwindigkeiten gelten als Hauptunfallursache. Ja, zu hohe, wenn es nicht angepasst ist. So, ich werde euch das mal direkt einblenden. Wir gehen dann direkt rein. Mit diesem Punkt, bitteschön. So. Das ist die Quelle. So, schön. Die Analyse der amtlichen Unfallschuldigen zeigt, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zwar einen nennenswerten Anteil bei der Entstehung von Verkehrsfilmen hat, für das Unfallgeschehen insgesamt ist aber die jeweilige Saison nicht angepasste Geschwindigkeit ausschlaggebender. Also hat das eine schon mal jemand, der, oh, Torsten Goiner, Dankeschön für die 10er-Subbombe. Vielen Dank für den Support. Also erstmal hält sich jemand nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da bringt eine 130er-Begrenzung auch nichts. Wenn er sich nicht dran hält, hält er sich nicht dran. Hier geht es außerdem um eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen und Autobahnen. Also auch Landstraßen, weil die Landstraßen das große Problem sind. Darüber kann man ja diskutieren, ob man die Landstraße auf 80 kmh runtersetzt. Ja, auf 30 kmh hat sonst keinen Nutzen innerorts, schön. Auch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 130 kmh lässt insgesamt nur einen geringen Einfluss auf die Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle erwarten. Ach, und warum wird das nicht zitiert, wenn man die Quelle doch nimmt? Ein deutliches Potenzial könnte allerdings in der Wirkung von Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen auf 80 kmh liegen. Ach, schau mal einer an. Da hat Quarks einfach mal die Quelle falsch zitiert. Das ist ihre Quelle Nummer 4. Gut, hops genommen. Ich habe ja gesagt, die meisten tödlichen Unfälle passieren auf der Landstraße. Gut, Quelle 3 und 4. Zerstört. Und gleich im Tempo auf 43 weniger Tote. Ihr seht, die Zahlen sind total weit auseinander. Aber wenn wir auch nur von 43 Menschenleben ausgehen, wir sprechen hier von Menschenleben. Moralisieren. Er hat die Quelle nicht gelesen, er hat die Quelle noch nicht verstanden und die Quelle gibt das auch nicht her, was er dort von sich gibt. Es ist halt in dem Fall, wenn er sie gelesen hat, dann lügt er. Menschen, die eventuell heute noch am Leben sein könnten, hätten wir ein Tempolimit. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Sagt die Quelle nicht. Ich persönlich finde es ziemlich krass. Das könnte jeder oder jede von uns auch sein, auch wenn wir selbst gar nicht schnell fahren. Das sagt noch einmal, das sagt die Quelle nicht. Das sagt die Quelle nicht. Quelle 1 ist nur eine Diskussion und es wird hauptsächlich darüber diskutiert, was für Unfälle vorhanden sind, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. Also jemand, der sich nicht an ein Tempolimit gehalten hat, hat tödliche Unfälle verursacht. Da ändert auch ein Tempolimit nichts, weil er sich nicht dran hält. Er hat keinen Bock drauf. Er hat einfach keinen Bock drauf. Und die ausschlaggebende Quelle ist die Quelle Nummer 4 und die redet von einer Senkung des Tempos auf Landstraßen, was sinnvoll sein kann. Aber das will man natürlich nicht, weil man dadurch keine Neiddiskussion hervorholen kann. Man trifft ja dann die Leute, man trifft ja dann alle. Wir halten also fest, weniger Verletzte und Tote dank eines Tempolimits auf der Autobahn sind sehr wahrscheinlich. Nein, das ist gelogen. So, das kann man hier direkt dazu sagen. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Hier lügt Werther her. Nichts in den Quellen gibt das her. Und wie sieht es mit den CO2-Emissionen aus? Autobahnen machen zwar nur 1,5% des deutschen Straßennetzes aus, aber trotzdem ist der Verkehr auf Autobahnen für mehr als 40% der CO2-Emissionen von Pkw in Deutschland verantwortlich. Das liegt daran, dass auf Autobahnen eben sehr viele Autos fahren. Aber auch an den relativ hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten dort. Denn je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Luftwiderstand und desto größer die benötigte Menge an Kraftstoff. Ein durchschnittlicher Pkw verbraucht bei einer Geschwindigkeit... Was mit Elektroautos? Ach, die bösen Elektroautos. Von 150 kmh pro gefahrenem Kilometer etwa ein Drittel mehr Kraftstoff als bei 120 kmh. Und noch krasser, bei etwa 100 kmh verbraucht der Wagen nur die Hälfte an Kraftstoff im Vergleich zu 150 kmh. Weißt du, was noch krasser ist? Der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge wird von Jahr zu Jahr weniger. Und es gibt immer mehr Elektrofahrzeuge. Die haben gar kein Benzin. Die haben gar kein Benzin. Und nein, da passt dieses Argument ja überhaupt nicht. Und der erhöhte Kraftstoffverbrauch wirkt sich natürlich direkt auf die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase aus. Je höher die Geschwindigkeit, desto mehr CO2 entsteht. Ein bundesweites generelles Tempolimit auf Autobahnen von 130 kmh könnte die CO2-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen pro Jahr um 1,9 Millionen Tonnen CO2 senken. Ja, und wenn alle Menschen kein Mineralwasser aus Flaschen trinken, sondern aus der Leitung, würden wir die doppelte Menge einsparen. Beim Tempolimit von 120 wären es 2,6 Millionen Tonnen und bei einem 100er Tempolimit 5,4 Millionen Tonnen. Gehen wir von dem 130er Tempolimit aus, also von den 1,9 Millionen Tonnen. Natürlich ist das Wort about his evil twins. Nur er diskutiert hier auf einmal mit Sachen, die immer irrelevanter werden, weil die Fahrzeuge weniger verbrauchen und weil wir immer mehr auf Elektromobilität setzen. Er hat vorher halt gelogen mit der Datenlage und ich muss mir seine Daten da auch nochmal anschauen, denn die ist ja auch durchaus umstritten. 9 Millionen Tonnen CO2, die eingespart würden, dann ist das relativ gesehen erstmal nicht so eine große Menge. Weil, wenn man sich anguckt, Deutschland will bis 2030 allein im Verkehrssektor im Vergleich zu 2019 rund 80 Millionen Tonnen Emissionen einsparen. Bezogen auf die gesamten Emissionen in Deutschland ist das also zwar relativ wenig, an etwa 2,4 Prozent, aber es wäre eine schnell umsetzbare und auch kostengünstige Möglichkeit. Und wo wir gerade bei Emissionen sind. Es geht ja nicht nur um CO2. Verbrennermotoren pusten auch Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid und auch Feinstaub in die Luft. Noch mehr Feinstaub entsteht übrigens auch, wenn wir bremsen oder auch einfach beim Fahren durch den Reifen abrieben. Und je schneller wir fahren, desto mehr von diesen gesundheitsschädlichen Stoffen pusten wir in die Luft. Und davon sind ziemlich viele Menschen betroffen. Das hier sind alle Autobahnen in Deutschland. Und das hier sind alle Autobahnabschnitte ohne Tempolimit. Das sind ungefähr 70 Prozent aller Autobahnen. Knapp 15 Millionen Menschen in Deutschland leben nicht weiter weg als 2 Kilometer vom nächsten Autobahnabschnitt ohne Tempolimit. Und knapp 40 Millionen Menschen nicht weiter weg als 5 Kilometer entfernt. Also fast jeder zweite Deutsche hat in höchstens 5 Kilometer Entfernung einen Autobahnabschnitt ohne Tempolimit mit entsprechender Schadstoffbelastung bei sich in der Nähe. Der Ökonom Christian Traxler findet, dass ein Thema bei der ganzen Diskussion eine viel zu kleine Rolle spielt. Nämlich die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung durch den Verkehr. Ich möchte mich das nochmal betonen. Das ist mittlerweile so gut dokumentiert, was Kohlenmonoxid und vor allem Stickstoffemissionen machen. Das ist für alle kleinen Kinder oder für alle schwächeren Menschen. Ja, aber da reiten sie doch ein totes Pferd. Ich dachte, es ist ein Verbot des Verbrennungsmotors kommt. Also wir reden doch immer von immer mehr Elektromobilität und vor anderen Antriebsarten. Ob das jetzt Gasantrieb ist oder Wasserstoff oder Elektro, also sowas wie ELS oder Tesla. Das ist doch auch nur ein herbeigezogenes Pseudo-Argument. Also vorher mit den Verkehrstoten gab es kein Argument. Da sind sie ja gescheitert. Und jetzt hier sollen sie mal sagen, was ist denn das Durchschnittstempo, was eigentlich auf Autobahnen wirklich gefahren wird? Die Leute rasen ja nicht mit 200er durch. Also ich bin oft auf Autobahnen. Ich halte das für Milchmädchenrechnungen, die hier getätigt werden. Ältere Menschen mit Datenproblemen, wenn da der Wind von der falschen Seite kommt und hier ein Dorf neben einer amerikanischen Highway ist, dann sehen wir da Gesundheitsaufgaben. Das sind fatal. Und das sind so hohe soziale und gesellschaftliche Kosten. Christian Traxler spricht da von einer amerikanischen Studie. Die hat untersucht, welche Auswirkungen eine Geschwindigkeitserhöhung um 10 Meilen, das sind etwa 16 kmh, auf die Menschen im Umfeld der Autobahn hatte. US-Fahrzeuge? Okay. Wie viel Sprit verbraucht so ein US-Fahrzeug? Benzin ist da nicht so teuer? Das Ergebnis, die Geschwindigkeitserhöhung führte unter anderem zu 8 bis 15 Prozent mehr Stickoxiden in der Luft. Und Stickoxide sind, Überraschung, schlecht für die Gesundheit. Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur gab es 2020 durch erhöhte Stickstoffwerte etwa 10.000 vorzeitige Tode allein in Deutschland. Bei uns würden bei einem Tempolimit von 120 kmh auf Autobahnen die Stickoxid-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 28 Prozent und die für Feinstaub um etwa 24 Prozent verringert werden. Und bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 kmh könnte man die Stickoxid- und Feinstaubemissionen um jeweils sogar die Hälfte reduzieren. Und noch ein positiver Effekt, viel weniger Lärm. Das wäre nicht nur gut für uns Menschen, sondern auch für die Tiere und allgemein für die Umwelt. Ja, oder man macht Lärmschutzwände und Flüsterasphalt. Und wie sieht es da aus mit der Zeitverzögerung, die durch so ein Tempolimit entstehen könnte? Würden wir dann alle länger im Auto sitzen müssen? Tatsächlich gäbe es einen kleineren Teil von Menschen, die durch ein allgemeines Tempolimit Zeitverluste hinnehmen müssten. Ja. Aber, und das war für mich so der größte Aha-Moment in der Recherche, die Mehrheit der Menschen würde schneller ans Ziel kommen. Denn weniger Geschwindigkeit bedeuten weniger Unfälle und damit auch weniger Staus. Wusstet ihr? Das haben wir in Punkt 1 doch schon widerlegt, dass es Quatsch ist. Er verwechselt ein allgemeines Tempolimit mit überhöhter Geschwindigkeit. Das macht er absichtlich. Das ist halt, es ist halt unseriös so zu argumentieren. Wenn wir ein allgemeines Tempolimit haben, werden Leute, die rasen, immer noch rasen. Es ist einfach falsch, was ist. Es ist wissenschaftlich falsch. Es ist unseriös argumentiert. So funktioniert es nicht. Wenn das so einfach wäre, wäre das längst umgesetzt. So funktioniert es aber nicht. Auf Autobahnen haben wir so gut wie keine Verkehrstoten im Vergleich zu anderen Strecken. Und Raser wollen rasen. Richtig, Zani. Denen ist es scheißegal. Dann ändert die Strafen dort. In der Schweiz zum Beispiel oder in Frankreich. Wenn jemand rast, wird sein Auto als Waffe eingestuft und beschlagnahmt. Dann ist das Auto weg. Oder die Strafen werden anhand des Einkommens bemessen. Dann kann mal jemand auch mal 100.000 Schweizer Franken an Strafen bezahlen. Wie ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und vor allem Lkw-Fahrerinnen und Fahrer würden von einem Tempolimit profitieren. Und Schwantanz, das ist so dumm, was du da gerade reinschreibst. Ich glaube, ich reagiere gar nicht auf diesen Kommentar, weil er so dumm ist, dass du von mir Mitleid bekommst. So erbärmlich dumm. Aktuell gibt es schon streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzungen, wenn viel Verkehr ist. Der Grund, bei einer niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeit und gleichmäßigem Verkehrsfluss passen insgesamt mehr Fahrzeuge im gleichen Zeitraum auf die Straße. Und weil es dann weniger Tempounterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen gibt, sind beim Überholen auch weniger Brems- und Beschleunigungsmanöver nötig, die einen Stau auslösen können aus dem Nichts. Untersucht wurde das Ganze zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre auf der A9 von München Richtung Nürnberg. Messungen ergaben, dass der Verkehr optimal floss, wenn tatsächlich das Tempo unter 100 kmh lag. Noch ein Argument gegen das Tempolimit, dass... Wunderbar, die Teststrecke von Audi. ...in der Diskussion immer wieder aufgeführt wird, ist, dass der deutsche Wohlstand unter einem Tempolimit leiden würde. Echt jetzt? Dachten wir uns und haben das mal für euch abgecheckt. Die Argumentation lautet folgendermaßen. Die Exporterfolge der Autoindustrie seien nämlich davon abhängig, dass man PS-starke Premium-Fahrzeuge in die Welt verkaufe. Und das nicht existierende Tempolimit habe es den Autoherstellern erst ermöglicht, überlegen... Nee, Orca, es war anders. Ich habe nachgewiesen, dass der Herr von Quarks hier gelogen hat, wieder im Video, weil er Äpfel mit Birnen verglichen hat. Darum ging es. ...Motoren und auch Fahrwerke zu entwickeln, die dann in der ganzen Welt gefeiert und auch gekauft werden. Wir haben uns mal angeschaut, wie schnell man in den für Deutschland wichtigsten Exportländern überhaupt so fahren darf. Ganz oben auf der Liste steht China. Und auf chinesischen Autobahnen gilt ein Tempolimit von 120 kmh. Und auch in den USA, wo deutsche Autos sehr beliebt sind, gibt es ein Tempolimit von 120. Oder sogar noch... Eben hieß es doch, dass dort die Welt untergeht, in beiden, vor allem in den USA. ...drunter. Und trotz des Tempolimits werden die PS-starken Autos der deutschen Premium-Marken im Ausland gut verkauft. Wir haben auch mal bei einem der größten... Oh Gott. Oh Gott. Diese Fake-Argumente sind einfach so unangenehm. ...Autohersteller nachgefragt. Hier heißt es, dieses Argument sei längst überholt. Ein Tempolimit würde sich aktuell überhaupt nicht auf die Produktion der Fahrzeuge auswirken. Gerade auch jetzt, im Hinblick auf die Elektromobilität, ginge es viel mehr um die Reichweite der Fahrzeuge, also wie weit sie ohne Aufladen der Batterie kommen, als überhaupt um die Geschwindigkeit der Autos. Jetzt der Punkt, der wohl die meisten Emotionen hervorruft. Das Argument der persönlichen Freiheit. Wenn es jemandem einfach Spaß macht, mit 190 oder 200 Sachen über die Autobahn zu brettern, ich finde persönlich, die eigene Freiheit hört da auf, wo sie die Freiheit anderer einschränkt. Das ist immer so. Das ist schon wieder ein Strohmann-Argument. Er lebt von Strohmann-Argumenten. Gegenseitige Rücksichtnahme ist der Grundsatz der Straßenverkehrsordnung. Und wenn die Autobahn frei ist, heißt es nicht, dass man dort unbegrenzt fahren darf. Man darf dort unbegrenzt fahren, wenn es der Verkehrsfluss zulässt. So wird ein Schuh draus. Wenn du aber dort lang rast, in einer verantwortungslosen Art und Weise, dann kriegst du Ärger. Dann kriegst du einfach Ärger. Es gab jetzt diesen einen Fall dieses Bugatti-Fahrers. Da wurde ermittelt, es war eine freie Strecke, es wurde trotzdem ermittelt, ob er Leute gefährdet hat. Weil das strafbar sein kann. Und dann kam heraus, er hatte Streckenposten, er hatte Feuer durchgefunkt, er hat extra geschaut, dass kein anderer auf der Straße ist. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft gesagt, er hat sich den Straßenverhältnissen angepasst und hat dafür gesorgt, dass niemand gefährdet wird. Und in dem Moment war es legal. Ganz einfach. Das war legal. Er hat niemanden gefährdet. Und dass sich Leute darüber aufregen, dann, obwohl er nichts gemacht hat und keinen gefährdet hat, das ist doch nur Neid. In dem Moment, wo er Leute gefährdet, gerne festnehmen. Aber es wurde nachgewiesen, dass keine Gefährdung vorlag. Er hatte ja gute Videomaterial. Er hatte Streckenposten. Er hat extra dafür gesorgt, dass er niemanden gefährdet. Nur eine Uhrzeit, wo die Autobahn leer war. Dort war über eine halbe Stunde kein einziges Fahrzeug. ...wenn sie andere gefährdet. Aber so einfach ist das manchmal nicht. Denn der Mensch mag ja keine Verbote. Ein Beispiel. Denk jetzt nicht an einen grünen VW-Käfer. Und? Genau. Du hast jetzt an einen grünen VW-Käfer gedacht. Ich habe an einen roten Porsche Turbo gedacht. Weil ich dir gesagt habe, denk nicht an einen grünen VW-Käfer. Das ist das Gleiche mit dem Tempolimit. Wenn ich dir sage, fahr nicht zu schnell, machst du genau das. Das stimmt doch gar nicht. Als ob ich mir von so einem Hippie was sagen lasse. Was ist das? Was? Was interessiert mich denn, was der Typ mit seiner Perlenkette von sich gibt? Als ob ich jetzt zu schnell fahre. Nur weil einer vom WDR sagt, fahr nicht zu schnell. So ein Unsinn. Das ist ein psychologischer Mechanismus, warum ein Tempolimit, ja auch eine Art Verbot, erstmal eine Gegenreaktion in uns auslöst. Leute, bitte, bitte, Leute, schickt mir jetzt keine Subs. Und schickt mir auch keine großen Donations. So, jetzt warte ich ab, ob er recht hat. Ich habe recht, er lügt. Und es kam nichts. Ihr habt auf mich gehört. Normalerweise müsstet ihr es aus Trotz mich mit Kohle überschütten. Aber vielleicht ist auch die Identifikation mit dem Statussymbol Auto ein Grund, warum das mit dem Tempolimit so schwierig ist. Dazu meint der Verhaltenspsychologe Florian Kutzner folgendes. Na, da hängt auch irgendwie der Selbstwert mit drin. Also wenn ich mir gerade für ein Jahresgehalt ein neues Fahrzeug gekauft habe und mir jetzt eine Funktionalität dieses Fahrzeugs, nämlich die vielen PS, wegnehmen lassen soll, dann frage ich mich ja schon, ob ich da nicht für dumm verkauft werde. Also da ist mein Selbstwert in Gefahr. Das ist, man könnte das als im Fachschal... Und ihr dürft jetzt wieder donaten. ...Vargon als Sankt-Kost-Effekt bezeichnen. Ich habe viel investiert in irgendeine... Siehste, so wird ein Schuh aus der Demokratie. Vielen Dank. Das ist ja großartig. Dirk Hamed, vielen Dank für die 100-Bits. Komplett den Typen von Quarks Hops genommen. Funktionen, irgendetwas in irgendeinem Projekt und das mir wieder wegzunehmen, das ist schwer. Das tut weh. Das ist ein Verlust. Ein subjektiver Verlust. Ich finde es schade, wie Leute dann, wie es einfach dann heißt, die Leute seien irgendwie zu dumm. Crush Steiler, Dankeschön. Anta Vista, Dankeschön. Das ist doch Unsinn. Wir haben hier zwei Argumente, über die man diskutieren kann. Die Verkehrssicherheit und der Umweltschutz. Verkehrssicherheit hat ja keine Argumente gebracht. Die wurden widerlegt, weil die Studienlage es nicht hergibt, denn die eigenverlinkten Studien wurden falsch zitiert oder wurden einfach nicht verstanden. Danke. Und das Umweltaugument ist nur eingeschränkt hoffentlich aufgrund des Wandels. Und ja. Jetzt wird halt irgendwie ad hominem auf die Leute eingegangen, die sich gegen ein Tempolimit wehren. Als ob sie, er sagt auf gut Deutsch, sie sind eigentlich dumme Kinder und sollen ihr Maul halten. Das finden wir manchmal auch bei eigentlich total sinnvollen Regeln und wir reagieren dann mit Ärger und sind mega genervt davon. Allerdings kann sich unsere Einstellung auch ändern. Identitäten sind fluide, die sind flüssig. Ich kann sagen, ich war zwar gestern einer, der schnell gefahren ist, aber eigentlich ist es viel entspannter mit 100. Weißt du, was das Schöne ist, lieber Herr Privatdozent, Herr Kutzner? Meine Karre schafft 190, 200. Und ich fahre 120, 130. So einfach ist das. Mit Abstandstempomaten über die Autobahn zu segeln. Vielleicht noch mit einem Elektroauto. Jetzt bin ich jemand anders. Das geht auch. Und inzwischen verändert sich auch so ein bisschen das Bewusstsein für das Tempolimit hier in Deutschland. Denn eine Umfrage des Ministeriums für Bildung und Forschung Anfang 2021 hat ergeben, dass 52,6% der Deutschen für ein Tempolimit von 120 kmh wären. 36. Da ist halt die Frage, ob sie vorher auch solche Fehlinformationen bekommen von Quarks über angebliche Verkehrstote. 30% sind dagegen. Und der Rest, der enthält sich. Fun Fact. Die Mehrheit fährt gar nicht schneller. Eine Studie hat gezeigt, dass 77% der Pkw langsamer als 130. Ja, und deswegen, die Leute stimmen erst mal für Ja. Weil es ihnen egal ist, weil sie nicht betroffen sind. Dann kann man Einschränkungen natürlich, wenn Leute nicht betroffen sind, geht das. Und sie haben vielleicht eine Datenlage à la Quarks. 30 kmh auf den Strecken. Und genau deswegen gibt es keine Volksabstimmungen. Vollkommen richtig. Ohne Tempolimit fahren. Weitere 12% fahren so zwischen 130 und 140 kmh. Wobei die meisten dieser Fahrzeuge nur ein wenig schneller sind, als es die Richtgeschwindigkeit von 130 vorgibt. Weitere. Richtgeschwindigkeit ist übrigens schön. Wenn ein Unfall ist, bist du mit Schuld bei einer höheren Geschwindigkeit. Hast du eine gewisse Teilschuld. Richtgeschwindigkeit. 6,2% fuhren zwischen 140 und 150 kmh. Wobei auch hier die Mehrheit mit Geschwindigkeiten an der Untergrenze gemessen wurde. Und weniger als 2% fuhren schneller oder wesentlich schneller als 160. Also nochmal zusammengefasst. Die Mehrheit der Deutschen fährt gar nicht schneller als 130. Es ist eine Minderheit. Die Mehrheit ist für ein Tempolimit. Das ist einfach kein Argument, was er da von sich gibt. Das ist ein Demokratieverständnis, wie ich immer gerne sage, wenn drei Löwen und ein Knu abstimmen, was es zu essen gibt. Das ist kein Argument. Können wir nicht einfach sagen, ja, Minderheiten sind uns scheißegal. Unwichtig. Scheiß Minderheiten. Die Mehrheit wird ja dadurch nicht beeinträchtigt. Ja, und super schweinig. Die Mehrheit ist auch für Kernkraftwerke. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Da wird Quarks natürlich gegenstehen kann. Das Leben retten würde und CO2 einsparen. Nein, er wiederholt seine Lügen. Mit Leben retten wurde halt nachgewiesen, dass es Quatsch ist. Die Luft weniger verpesten und Gesundheitsschäden reduzieren würde. Verpesten. Direkt wieder die Wortwahl. Framing, Manipulation. Die Frage, warum zur Hölle haben wir nicht schon längst ein Tempolimit? Weil zum Glück keiner den Fake-Journalisten von Quarks fragt. Dieser Frage sind wir nachgegangen und unser Team hat für euch recherchiert. Wer will das Tempolimit nicht und warum? Pass mal auf. Bestimmt die Reichen. Die bösen Reichen. Und die alten weißen Männer. Und Nazis. Warum haben wir kein Tempolimit? Klar ist, die Autoindustrie ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland. Sie erwirtschaftet einen Umsatz von... Moment mal, eben hat er doch noch gesagt, dass die Autoindustrie nichts dagegen hat. Oh, jetzt passt es vielleicht anders. Jetzt ist die böse Industrie wieder schuld. Die reichen. 411 Milliarden Euro im Jahr. 411 Milliarden, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn wir jetzt so an Klischee... Ja, die 411 Milliarden, müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viele Familien davon leben. Wie viele Frauen und Kinder davon ernährt werden. Wie viele Menschen davon ihr Leben finanzieren. Was? Denkt doch einer mal an die Kinder. Diese böse Industrie, die Millionen Menschen ernährt. Oh, die macht Milliarden, die sie an Menschen verteilt, die damit Steuern bezahlen. Dann ist ja Deutschland oft bekannt für Bier, Fußball und Autos. Der DFB zum Beispiel erwirtschaftet nur 354 Millionen pro Jahr. Die Brauerei-Industrie 7,5 Milliarden. Natürlich erwirtschaftet der DFB nicht so viel, weil der Rest dort Schmiergeld nach Katar zahlt. Das kann ich, danke schön. Und Autos? Ganze 411 Milliarden. Und rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von der Autoindustrie. 2,5 Millionen. So was. Ja. Deutschland ist einfach ein Autoland. So zählt auch der Verband der Automobilindustrie VDA zu den Gegnern des Tempolimits. Kennt ihr noch Matthias Wissmann? Ab 2007 war er elf Jahre lang VDA-Präsident. Zuvor war er von 93 bis 98 Verkehrsminister unter Helmut Kohl. Und er ist nicht der einzige Politiker, der zwischen politischem Mandat und Anstellung in der Automobilbranche gewechselt hat. Ja genau, es sind auch sehr, sehr viele Grüne, sind dann in die jeweiligen Lobbyjobs gewechselt. Zum Beispiel auch Eckart von Kleden von der CDU. Der war Staatsminister im Bundeskanzleramt unter Merkel und wechselte zu Daimler oder Thomas Steg. Er war stellvertretender Sprecher der deutschen Bundesregierung unter Schröder und Merkel und wechselte zu VW. Er ist Sprecher einer Bundesregierung, entscheidet nichts politisch, gar nichts. Und er geht dann in die Presseabteilung von VW, weil der Mann halt noch einen Job hat, statt nur vom öffentlichen Dienst zu leben. Oder halt von den Rundfunkgebühren wie dieser Herr hier. Das sind jetzt nur drei Beispiele und es gibt noch viele, viele mehr. Ja genau, dann zähl doch mal die ganzen Grünen auf, die ihre Lobbyjobs bekommen haben. Solar, sogar in der Kernindustrie, sogar bei der Atomenergie. Eieieiei. Fakt ist, es gibt Verflechtungen zwischen Politik und Automobilindustrie. Und Fakt ist auch, die Politik... Ja, es gibt Verflechtungen auch mit der Solarindustrie und es gibt auch Verflechtungen mit der Windkraftenergieindustrie. Und es gibt auch Verflechtungen mit, weiß ich nicht, Lebensmittelindustrie. Selbstverständlich gibt es die Verflechtungen. Und es gibt auch Verflechtungen mit Gewerkschaften. Es nennt sich Gesellschaft. ... ist beim Thema Tempolimit seit Jahrzehnten zerstritten. Und keine Regierung hat sich bislang an eine Umsetzung getraut. Auch die jetzige Ampelregierung nicht. In den Koalitionsverhandlungen waren SPD und Grüne dafür, die FDP dagegen. Ja, und dafür haben die Grünen was anderes gekriegt. Und die FDP hat das gekriegt. So ist das. Und es bleibt auch so. So ist der Koa-Vertrag. Doch nicht nur die deutsche Politik liebt deutsche Autos. Auch wir alle in Deutschland haben wir ein, sagen wir mal, ganz spezielles Verhältnis zu unseren Autos. Und dieses Image hat Deutschland bis heute auf der ganzen Welt. Viele kommen hierhin extra nur, um einmal auf der Autobahn so richtig aufs Gras zu drücken. Hey, komm jetzt. Es werden wieder Einzelbeispiele geholt. Hat er denn bisher ein einziges, richtiges, wirksames Argument? Und außer Ad hominem, irgendwelche Einzelfälle oder Verzerrung von Studien, die er nicht verstanden hat, gebracht. Wow. Also, Geisteskrankheit zu fahren. Es ist schrecklich, wenn Leute, die Geschwindigkeiten nicht gewöhnt sind, so fahren. Das sind Beispiele von solchen Schwachköpfen gezeigt. Wow. What a rush. Here on the Autobahn. I am free to drive this Porsche the way it was built to be driven. Fast. Und jetzt? Also, ein Tempolimit würde Leben retten, CO2 einsparen, die Luftverschmutzung verringern und damit die Lebensqualität von vielen Menschen verbessern, die in der Nähe einer Autobahn wohnen. Und ja. Er wiederholt den Quatsch, den er nicht beweisen kann. Gebe einen Teil von AutofahrerInnen, die durch ein allgemeines Tempolimit Zeitverluste hinnehmen müssten. Aber das wäre die Minderheit. Die Mehrzahl der Menschen würde schneller ans Ziel kommen. Ja, und wenn wir uns gegen Mittelspurschleicher durchsetzen würden, wenn wir da mal konsequent vorgehen, kommen die Leute vielleicht auch besser durch. Statt immer nur in der Mitte zu sitzen und die rechte Spur als Lkw-Spur zu sehen. Hätte, hätte. Lkw-FahrerInnen würden von einem Tempolimit profitieren. Trotzdem möchten weite Teile der Politik kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Und das, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung laut Studien ein Tempolimit möchte. Ja, und schön. Und die Mehrheit will Kernkraftwerke und sie kommen trotzdem nicht. Das ist doch irgendwie total absurd, oder? Nein. Aber vielleicht erübrigt sich diese ganze Diskussion ums Tempolimit bald von alleine. Denn die E-Mobilität könnte eine ganz neue Realität schaffen. Denn bis spätestens 2035 sollen in der EU nur noch klimaneutrale Autos zugelassen werden. Das sind in der Regel batteriebetriebene E-Autos. Ja, sag ich doch. Damit ist seine ganze Argumentation in Bezug auf Umwelt hinfällig. Ich brauche dann nur noch ein paar schöne Kernkraftwerke, damit wir den Quatsch mit der Kohle nicht machen müssen. Ist doch wunderbar. Und mit den E-Autos fahren wir vermutlich alle auf der Autobahn etwas langsamer. Zumindest dann, wenn wir etwas an Strecke zurücklegen wollen. Denn gerade bei hohen Geschwindigkeiten verbraucht ein Fahrzeug sehr viel Energie. Und damit wird die Reichweite, also die Fahrtstrecke, die wir mit einer Batterieladung zurücklegen können, extrem verkürzt. Ja, dann tankst du halt. Dann lädst du auf mit dem Schnellladesystem. Als ob in zehn Jahren, wenn die Schnellladesysteme besser entwickelt sind, das länger als zehn Minuten dauert. Was haltet ihr von einem Tempolimit auf Autobahnen? Und würdet ihr lieber ein kleines E-Auto fahren, das weit kommt, oder ein dickes mit Wumms? Allein der letzte Satz. Wollt ihr lieber ein kleines E-Auto fahren? Süßes kleines E-Auto? Oder ein dickes mit Wumms? Nein, ich würde ein schnelles, großes E-Auto. Zum Beispiel ein EQS. Ein wunderbarer Mercedes, der die größte Reichweite hat. Und zwar fast 1000 Kilometer. So was möchte ich. Ist mir nur zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Das ist einfach wieder Framing. Warum kann Quarks nicht ordentliche Beiträge machen, ohne die Leute anzulügen? Wir haben uns ja die Quelle angesehen. Und die Quellen sind einfach nicht richtig ausgewertet. Oder sie sind wissenschaftlich nicht haltbar. Dürfte man dir das Auto spenden? Selbstverständlich. Geon, Neo, Twitch. Selbstverständlich. Du darfst sehr gerne einen EQS mir spenden. Dann werde ich sogar hier oben, hier unten drunter dick und fett deinen Namen reinschreiben. Für ein Jahr. Vielleicht sogar für zwei. Ach, herrlich sowas. Was ist eure Meinung dazu? Was ist eure Meinung zum Tempolimit? Was ist eure Meinung zu Quarks vom WDR? Findet ihr das unerträglich, wie ich, dass dort einfach verzerrt wird, manipuliert wird und keine wissenschaftlichen Fakten gebracht werden, sondern einfach nur Framing und Erziehung? Nun ja. Schreibt es drunter, gebt ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und kommt auch rüber zu Twitch.